In diesem Kapitel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ein Objekt deformieren können und wie Sie dann vor allem diese Deformation auch animieren können. Denn die Object-Animation, die wir bisher kennengelernt haben, die taugte nur dazu, die Objekte wirklich von A nach B zu bewegen oder zu rotieren und diese Bewegungen dann zu animieren. Aber wenn es darum geht, die Form von dem Objekt zu verändern, dann hilft uns diese reine Object-Animation eben nicht weiter. Gut, jetzt könnte man natürlich denken, wenn ich jetzt einen Keyframe für die Form setzen will, dann geht man eben in den Edit-Modus, wählt alles aus und setzt dann einen Keyframe. Ich drücke jetzt also I und nichts passiert, also kein Menü taucht auf und auch hier der Name wird auch nicht orange, wird also nicht als Keyframe markiert. Also Keyframes kann man im Edit-Modus nicht setzen. Aber im Object-Mode habe ich eben auch nur die Möglichkeit, für diese Kanäle einen Keyframe zu setzen, also die Form kann ich hier auch nicht beeinflussen. Und um jetzt diese Deformation zu animieren, braucht man ein Hilfsobjekt, sodass dieses Hilfsobjekt dann die Deformation von dem Objekt steuern kann und dieses Hilfsobjekt, das kann man dann animieren. Und wir kennen schon ein Hilfsobjekt und dieses Hilfsobjekt ist das Empty. Das haben wir im letzten Kapitel kennengelernt, aber in diesem Fall hilft uns das Empty nicht weiter. Stattdessen brauchen wir die sogenannte Armature, eine Armatur. Und diese Armature besteht aus einzelnen Knochen. Und man kann auch in diesem Menü im Moment nur einen einzelnen Knochen hinzufügen. Man kann auch bestimmte Skripte erstellen, wo dann ganze Knochengerüste hier noch mit auftauchen. Aber in der Start- und Einstellung kann man eben nur einen einzelnen Knochen hinzufügen. Und das mache ich jetzt mal. Und im Wireframe Draw Mode sehen Sie jetzt hier, dass so ein gelbes Objekt hier entstanden ist. Dieses Objekt heißt Armature. Und hat hier solche Knubbel vorne und hinten. Diese Knubbel, das sind tatsächlich auch Teile von diesem Bone, wie er auch heißt. Diese Teile kann man auch einzeln auswählen. Um das tun zu können, muss man in den Edit-Modus gehen. Also drücke ich die Tabulator-Taste für den Edit-Mode. Und Sie sehen schon, dass hier die Spitze ausgewählt ist. Die sogenannte Tip. Also Tip ist die Spitze von dem Bone. Dann gibt es hier noch dieses Mittelstück. Und wenn ich das mit der rechten Maustaste auswähle, dann ist alles ausgewählt. Also sowohl die Spitze als auch das untere Teil. Dieses untere Teil, das ist der sogenannte Tail. Oder auch Root. Also die Wurzel von dem Knochen. Das sind also diese Teile. Und Sie sehen hier, dass nicht nur Armatur hier aufgeführt wird, sondern hier wird eben angezeigt Armature Bone, um anzuzeigen, dass von dem Objekt Armature ein bestimmter Teil ausgewählt ist, nämlich der Bone. Denn man kann nicht nur einen Knochen haben, man kann mehrere Knochen haben. Also ich könnte zum Beispiel jetzt hier die Spitze auswählen und aus dieser Spitze einen neuen Bone erstellen, also extrudieren. Deswegen drücke ich jetzt E für Extrude. Und Sie sehen schon, das funktioniert genauso wie bei Vertices auch. Und kann jetzt durch Z diese Extrusion an die Z-Achse binden und könnte hier jetzt so ein Bone nach dem anderen extrudieren. Also immer EZ, EZ, EZ. Sie merken, ich bewege diese Bones so, dass sich hier jetzt also genauso viele Knochen haben, wie ich Segmente habe von diesem Turm. Und wenn Sie mal hier runter schauen, dann sehen Sie auch, diese Bones werden automatisch benannt. Also wir haben Bone, Bone.01, .02 und so weiter. Und das kann man sich auch hier im Outliner mal anschauen. Also hier gibt es die Armatur. Wenn ich hier draufklicke, dann ist in der Armatur, also in dem Armatur-Objekt, ist bestimmte Armatur-Data, die Object-Data. Und wenn ich hier draufklicke, dann sehen Sie hier erstmal einen Bone. Aber dieser Bone hat ein kleines Pluszeichen. Also je mehr Bones ich hier öffne, desto mehr Bones erscheinen. Und das zeigt mir, dass diese Bones aneinander geparentet sind. Also Bone.005 ist Child, also Kind-Objekt von Bone.004 und so weiter. Man kann sich auch für diese einzelnen Knochen die Eigenschaften anschauen. Also einmal hier gibt es die Armature-Eigenschaften mit dem Armatur, also mit der Object-Data, mit dem Namen. Und hier diese Bones kann man sich auch einzeln anzeigen lassen. Also Sie sehen hier Bone.002 und auch hier gibt es die Relations. Sie sehen hier also Bone.002 ist Child-Objekt, also Kind-Objekt von Bone.001. Und dadurch ist eben hier diese Verknüpfung zwischen diesen beiden Knochen gegeben. Ja, diese Knochen, die kann man jetzt auch nachträglich auswählen und bewegen. Aber auch wenn ich das tue, verformt sich noch nichts an meinem Objekt. Das ist auch ganz klar, denn erstmal muss man dem Objekt mitteilen, dass es von der Armatur gesteuert wird. Das heißt also, irgendwie müssen wir diese Armature dazu bringen, dem Objekt übergeordnet zu sein. Und das kann man auch wiederum durch eine Parent-Child-Relationship tun. Sodass ich jetzt also erst das Objekt auswähle und anschließend als dann aktives Objekt die Armatur, also so. Und drücke jetzt STRG-P, also im Grunde ganz normales Parenting. Aber im Unterschied zum normalen Objekt-Parenting gibt es hier jetzt nicht nur die Option Set Parent to Object, sondern auch noch Armature-Deform, hier dann verschiedene Optionen und Bone. Was wir jetzt machen wollen ist Armature-Deform with Automatic Weights, also mit einer automatischen Gewichtung, deswegen wähle ich jetzt das aus und noch ist hier nichts passiert, aber Sie sehen hier, dass jetzt innerhalb von diesem Armature-Objekt, innerhalb von dieser Hierarchie jetzt dieser Cube auftaucht. Also der Cube ist jetzt an die Armature dran, geparentet, aber eben nicht als normales Objekt, sondern mit dieser speziellen Option der Gewichtung. Sodass wenn ich jetzt das Objekt auswähle, dann sieht man jetzt hier in dem Modifier-Panel, dass hier jetzt diese Armatur dem Würfel als Modifier hinzugefügt worden ist. So, und wenn ich jetzt hier die Armatur auswähle, kann ich dann jetzt in den Edit-Modus gehen und damit das Objekt verformen? Offensichtlich nicht. Denn um diese Verformung jetzt stattfinden zu lassen, braucht man einen speziellen Modus und dieser Modus heißt Pose Mode, den kann man natürlich auch hier unten auswählen. Also statt Edit Mode wähle ich jetzt Pose Mode und Sie sehen, dieser Bone wird jetzt hier Blau, je nachdem welchen Bone ich hier jetzt auswähle, kann ich damit jetzt das Objekt verformen. Und zwar, wenn ich jetzt hier einmal R drücke für die Rotation, dann sehen Sie, dass jetzt hier dieser Turm aus Würfeln dieser Rotation und dieser Deformation folgt und damit kann ich jetzt die Deformation von diesem Objekt steuern. Und die Steuerung von diesen einzelnen Bones, die funktioniert eigentlich ganz genauso wie beim Objekt auch. Das heißt, ich kann hier den untersten Bone nehmen und drücke G, um ihn zu bewegen, R, um ihn zu rotieren oder S, um hier alles zu skalieren. Und da diese einzelnen Bones auch durch die Parent-Child-Relationship verbunden sind, wirkt sich diese Skalierung jetzt auf alle Knochen aus. Also wenn ich jetzt den Haupt, den Root-Bone hier, diesen ersten Bone, skaliere, dann skalieren alle anderen mit ihm, denn diese Bones sind ja alle Kind-Objekte von diesem Haupt-Bone. So, deswegen kann ich jetzt auch den Bone nehmen und kann ich ihn jetzt hier bewegen? Nein. Warum? Jetzt drücke ich hier diesen Pfeil, aber trotzdem startet nur eine Rotation. Und woran liegt das? Nun, das ist eben genau diese Parent-Child-Relationship, denn da jetzt dieser Knochen ein Kind-Objekt ist von dem hier, ist er also verbunden und zwar an diesen Gelenken. Also diese Gelenke sind hier fix und daher kann ich jetzt diesen Bone nicht von diesem Gelenk wegbewegen. Und daher sind die Optionen, die ich hier zur Auswahl habe, ist eben nur Rotation und Skalierung. Aber mit diesen zwei Eigenschaften kann ich schon eine Menge machen. Also wenn ich mal alles auswähle, kann ich jetzt diese Rotation und Skalierung auch wieder löschen. Und zwar ganz so, wie ich das bei Objekten auch machen würde, nämlich mit dem Shortcut Alt-R für die Rotation und Alt-S. Und genauso wie Objekte auch diese Transformationsinformationen haben, hat das eben jeder Bone ebenfalls. Also Location, Rotation und Scale. Und das kann man dann mit diesem Shortcut Alt-R wieder auf 0 zurücksetzen. So, und jetzt bin ich ja auf Frame 1, deswegen setze ich mal einen Keyframe. Also E, Insert Keyframe. Und siehe da, wir haben wieder das gleiche Keyframe-Menü wie bei der Objektanimation. Und kann jetzt also sagen, Keyframe für die Rotation. Denn für die meisten dieser Bones kann ich ja die Location eh nicht verändern. Deswegen reicht mir jetzt hier die Rotation aus. Haben wir jetzt also auf Frame 1 einen Keyframe gesetzt. Und wenn ich jetzt zu Frame 20 gehe, dann kann ich jetzt diese einzelnen Knochen rotieren. Damit mein Objekt verformen. Und wenn ich jetzt alles auswähle mit A und einen Keyframe setze für die Rotation, dann findet hier zwischen jetzt diese Animation statt. Und auf diese Weise kann ich jetzt endlich die Deformation von meinem Objekt auch animieren. Und natürlich, weil diese Armature auch ein Modifier ist, kann ich diesen Modifier auch mit anderen kombinieren. Das heißt, wenn ich nochmal mein Objekt auswähle, dann kann ich jetzt hier zusätzlich zu dieser Armatur noch den Subsurf Modifier hinzufügen, sodass ich jetzt hier eine bewegte Wurst habe. So. Nun diese Zuweisung von den Bones an mein Mesh, das funktioniert durch die sogenannten Vertex Groups, also Gruppen von Vertices, die je nach einer bestimmten Gewichtung an einen Knochen geknüpft sind. Also, wenn ich mal hier mit diesem Objekt ausgewählt, zu der Object Data wechsle von diesem Objekt, also hier Object Data Panel, kennen wir ja, dann sehen Sie jetzt hier, dass in den Vertex Groups tauchen jetzt die Namen von diesen Knochen auf. Und zwar, wenn ich das auswähle und in den Edit Modus gehe, dann sehen Sie jetzt hier auch eine bestimmte Gewichtung, nämlich hier immer eine Gewichtung von 1. Wobei man dazu sagen muss, diese Gewichtung, die Sie hier sehen, das ist eher ein Button, den Sie, oder ein Regler, den Sie einstellen können für einen Knochen, beziehungsweise für die Vertex Group. Also genau wie man bestimmte Materialien einzelnen Vertices hinzufügen kann, kann man hier auch einen Vertex Group Slot auswählen und diesen Slot zuweisen oder wieder entfernen mit Remove. Und zwar mit einer bestimmten Gewichtung. Da wir jetzt im Edit Modus sind, kann man hier jetzt auch mal ein paar dieser Panels einklappen. Sie sehen jetzt gleich hier, wenn ich einen Vertex aktiv habe, dass jetzt hier dieses Panel Vertex Groups auftaucht. Und jetzt sieht man hier bei ausgewähltem Vertex, dass dieser Vertex oder dass diese Vertices jetzt, also dass dieser aktive Vertex hier drei Gruppen zugewiesen ist, nämlich der Gruppe von Bone.002, Punkt.003 und Punkt.004. Und zwar mit unterschiedlicher Gewichtung. Und logischerweise ist, je höher die Gewichtung ist, desto größer ist auch der Einfluss. Und jetzt könnte man auch hier zum Beispiel sagen, die Gewichtung von Bone.003 soll 0 sein statt 0,79. Und wenn ich das jetzt auf 0 setze und ich jetzt mal noch den Subs of Modifier gerade ausschalte, dann müsste man jetzt eine Sache feststellen können, nämlich dass dieser Vertex, den ich gerade ausgewählt hatte, sich nicht mehr so stark bewegt mit den anderen. Und das kann man eigentlich relativ gut hier beobachten. Also hier diese Ecke, die eben ausgewählt war. Und ich schalte jetzt mal, ich wähle nochmal das Objekt aus. Also, wo sind wir denn? Cube. Und stelle jetzt hier ein, dass auch im Edit-Modus dieser Einfluss von der Armatur sichtbar sein soll. Mit diesen beiden Buttons hier. Und jetzt sehen wir also, dass dieser Vertex hier ausgewählt ist, aktiv ist. Und je nachdem, wie groß die Gewichtung ist, hat die Armatur mal mehr und mal weniger Einfluss. Das ist natürlich relativ mühsam. Und um diese Einstellung einfacher vornehmen zu können, gibt es den sogenannten Weight Paint Modus. Weight Painting, damit kann man eben die Gewichtung von diesen Vertex-Gruppen auf das Mesh auftragen. Also gehen wir nochmal hier, Object Mode, gibt es auch Weight Paint. Und je nachdem, welcher Knochen ausgewählt ist, erscheinen die dazugehörigen Vertices eingefärbt, sodass ich jetzt hier, wenn der Hauptknochen ausgewählt ist, also der Bone, dann erscheinen diese Vertices alle rot. Und hier oben diesen Blau. Also Blau heißt keinen Einfluss, Rot heißt voller Einfluss. Und je nachdem, welcher Knochen hier ausgewählt ist, habe ich hier also eine unterschiedliche Färbung. Und wie man das genau verwendet, das sehen wir gleich, denn wir wollen natürlich nicht nur hier so eine Vertex-Wurst animieren, sondern unseren Charakter. Deswegen schließe ich jetzt mal dieses Kapitel ab und öffne dann den Charakter, damit wir den dann auch riggen können. Denn dieser Vorgang des Zuweisens von Knochen und der entsprechenden Gewichtung, der nennt sich Rigging. In dieser Lektion möchte ich jetzt unseren Charakter riggen, das heißt Bones, einbauen und ihn beweglich machen. Und ganz wichtig dabei ist, dass der Mirror-Modifier, dass der angewendet ist. Sie sehen ja hier, es ist nur noch der Sub-Surf-Modifier übrig, also noch aus der letzten Lektion, wo wir diesen Charakter verwendet hatten, bei dem Sculpting. Da hatte ich ja auch vorher den Mirror-Modifier angewendet, also Applied. Und das ist eben ganz wichtig, denn wir wollen ja für die linke und für die rechte Seite unterschiedliche Difformationen erzeugen können. Das heißt, wir müssen da auch jeweils die gleichen Knochen einbauen, so dass wir dann mit unterschiedlichen Vertex-Groups durch diese Knochen den Charakter dann bewegen können. Also ist es ganz wichtig, dass ich hier im Edit-Modus den Vertices hier eine andere Gewichtung zu anderen Knochen zuweisen kann als diesen hier. Und daher muss man, bevor man das Rigging überhaupt anfängt, muss man, wenn man einen Mirror-Modifier hatte, muss man den anwenden. So, das ist bei uns der Fall, deswegen können wir jetzt loslegen. Als allererstes brauchen wir jetzt natürlich die Armature. Also deswegen würde ich jetzt den 3D-Cursor, wenn er da nicht ohnehin schon ist, an das Zentrum von unserem Charakter dran snappen lassen. Im Zweifelsfalle Shift-S und dann 3D-Cursor to select it. Und jetzt kann man hier mit Umschalt A Single Bone hinzufügen und kann jetzt in den Wireframe-Draw-Mode gehen und sieht jetzt hier diesen Knochen und kann ihn jetzt hier positionieren. Vorher allerdings möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie das auch im Solid-Draw-Mode machen können, denn diese ganzen Edges und Wires, die möchte ich jetzt gerade nicht sehen. Mir wäre lieber, wenn ich die Oberfläche sehen könnte. Und daher kann man bei den Armature-Optionen, wenn die Armature ausgewählt ist, kann ich jetzt hier in der Display-Sektion einstellen, dass er wie ein Röntgenbild, also mit X-Ray, dass die Knochen da durch die Oberfläche durchscheinen. Sodass jetzt es aussieht, als wäre der Knochen vor dem Objekt, obwohl er tatsächlich wirklich in diesem Objekt drin ist. Aber durch diese X-Ray-Option kann man ihn jetzt also sehen und deswegen drücke ich jetzt nochmal 1 und kann jetzt hier anfangen, das Rig zu erstellen. So, was brauchen wir dabei? Also einmal will ich natürlich hier den Körperknochen haben, damit ich den Bauch anfassen kann und bewegen. Dann, damit der Charakter sich nach vorne beugen kann, bräuchte ich eigentlich hier noch einen Bone, also drücke ich jetzt EZ, damit wir hier den Brustkorb haben und dieser Brustkorb sich unabhängig vom Bauch auch bewegen kann. Ja, jetzt haben wir hier den Knochen, da kann ich jetzt gleich weitermachen und den Hals extrudieren. Also nochmal EZ. Und jetzt gucke ich mal von der Seite, drücke also 3 und sehe, dass hier, das könnte noch etwas besser angeordnet sein, weil es damit die Wirbelsäule auch wirklich sitzt, möchte ich das ein bisschen nach hinten bewegen. Dann hier das Gelenk etwas nach vorne und dann hier das Halsgelenk, das wäre also auch viel weiter hier hinten. Dann nehme ich jetzt mal den ganzen Halsknochen und bewege den hier hin. Und von hier aus möchte ich jetzt noch den Kopf extrudieren, also EZ bis hier hin. Fertig. So. Anschließend könnten wir jetzt noch die Bones benennen und das will ich auch tatsächlich mal machen. Also, die Bones können wir benennen, indem wir hier in dem Bone Panel sind und hier oben dann den Namen eintragen. Also gehe ich wieder in den Edit-Modus, wähle jetzt hier diesen Knochen aus. Das ist jetzt der Körper. Dann die Brust. Dann hier haben wir den Hals. Und hier oben ist jetzt der Kopf. So. Das war es natürlich noch nicht, denn wir brauchen ja noch die Extremitäten. Und hier gibt es jetzt eine spezielle Option, nämlich man kann auch gespiegelt die Knochen extrudieren. Also, wenn ich jetzt hier vom Halsbereich vielleicht die Schulterknochen extrudieren will, dann würde ich mir jetzt erstmal dieses Gelenk hier auswählen, damit ich ausgehend von diesem Gelenk die Knochen extrudieren kann. Ich bewege das mal ein bisschen weiter runter. So. Und will jetzt von hier aus eben die Schultern extrudieren. Das ist auch kein Problem, wenn ich jetzt E drücke, dann kommt hier jetzt die eine Schulter raus und ich kann die jetzt hier so platzieren. Aber das Problem dabei ist eben, dass ich die jetzt auf der linken Seite oder auf der rechten von ihm aus gesehen halt nochmal machen müsste. Und da ich mir das ersparen will, möchte ich das lieber gespiegelt machen. Also drücke ich jetzt X, um diesen Knochen zu löschen. Und klappe jetzt mal die Armature Tools ein, denn stattdessen möchte ich hier bei den Armature Optionen, es gibt ja immer die Tools und die Options, also Mesh Tools und Mesh Options gibt es ja auch. Also genauso gibt es hier jetzt auch die Armature Options und schalte hier jetzt ein X-Axis Mirror, also Spiegelung an der X-Achse. Und deswegen ist es übrigens auch ganz wichtig immer, dass man von vorne modelliert. Deswegen hatte ich immer auch betont, dass man wirklich immer 1 drückt, von vorne guckt und dann nach links und rechts extrudiert. Also, dass man hier immer diese X-Achse verwenden kann, auch als Rigging-Hilfe. Aber jetzt sind wir schon soweit und wenn ich jetzt E drücke, ja, dann immer noch nicht. Also jetzt haben wir immer noch nur die eine Seite. Und das liegt daran, dass man zwar X-Axis Mirror einstellen kann, dass man aber, damit man gespiegelt extrudiert, muss man nochmal eine spezielle Tastenkombination drücken. Das ist aber auch einfach zu merken, nämlich statt E schaltet man jetzt diese Option von E oder schaltet man diesen Extrude-Befehl um auf Spiegelung und deswegen ist die Kombination Umschalt-E. Kann man sich einfach merken. Also man schaltet die Extrusion um hin zu Spiegelung, also Shift-E und jetzt haben wir hier wirklich links und rechts jeweils einen Knochen und können die jetzt hier in der Schulter ablegen. Und das Schöne ist, dass Blender auch die Benamung hier übernimmt. Also wenn ich mal den Knochen auswähle, dann ist das zwar jetzt der falsche Name, also ist ja nicht die Brust, sondern die Schulter, aber Unterstrich L, also für links, und dementsprechend hier rechts. Und diese Benamung nach links und rechts, die ist ganz wichtig, denn dann kann man später einzelne Posen auch von links nach rechts kopieren. Und das funktioniert aber nur, wenn die Knochen auch entsprechend ihrer Seite nach links und rechts benannt sind. Also wenn Sie hier hinten diesen Buchstaben R bzw. L haben. Also das ist jetzt mal nicht die Brust, sondern die Schulter, und zwar die rechte Schulter und hier das ist die linke Schulter, also Schulter unterstrich L. So. So und von hier aus kann ich jetzt weiter extrudieren und auch das soll gespiegelt passieren, deswegen lasse ich diese Option jetzt eingeschaltet, kann jetzt aber, nachdem die erste Spiegelung erstellt worden ist, kann jetzt ganz normal E drücken und muss nicht diesen Shortcut Umschalt E verwenden. Also wenn man jetzt E drückt, dann wird trotzdem noch gespiegelt extrudiert. So jetzt lege ich den Knochen hier ab im Ellenbogen und extrudiere dann weiter hier bis zum Handgelenk und dann nochmal für die Handfläche und den Daumen möchte ich hier auch erstellen, allerdings will ich den nicht extrudieren, sondern der Daumen wird einfach dupliziert. Denn, und jetzt drücke ich mal 7, um von oben schauen zu können, erst mal setze ich das mal hier ab. Das macht mehr Sinn. Also hier schön positionieren. So, denn der Daumen, der soll ja nicht von hier aus rotieren. Wenn ich jetzt hier extrudieren würde, dann würde, wenn ich jetzt diesen Daumen rotiere, später würde dann die Rotation ja von einer Stelle ausgehen, die irgendwie unnatürlich wirkt. Deswegen, statt den Daumen zu extrudieren, deswegen nehme ich einfach diesen Handknochen und dupliziere den mit Shift-D. Daran kann ich Ihnen auch jetzt eine ganz bestimmte Sache zeigen. Denn Sie sehen hier diese gestrichelte Linie. Das heißt also, durch diese Duplizierung hat dieser Knochen das gleiche Elternteil wie der hier. Also, wenn ich nochmal den auswähle und das ist die Hand, gleich mal die Benahmung vergeben. Also, das hier ist die Hand unter Strich L. So, also die Hand und der Elternteil der Hand ist Schulter unter Strich Punkt 002. Das soll natürlich auch der Arm sein. Also hier, ich muss jetzt mal umbenennen, also Arm unter Strich L auch nicht 002, sondern so. Gut, also jetzt wähle ich nochmal die Hand aus und jetzt hat sich auch hier automatisch der Name geändert von dem Elternteil. Also Arm unter Strich L sollte auch Unterarm sein und nicht nur Arm. Sehe ich gerade. Also Unterarm unter Strich L. Das Elternteil ist Unterarm unter Strich L und wenn ich den Daumen auswähle, dann ist das Elternteil ebenfalls Unterarm unter Strich L. Aber eben mit dem entscheidenden Unterschied, dass dieser Daumen nicht verbunden ist. Und Sie sehen hier in diesen Knochenoptionen gibt es bei Relations, gibt es hier noch unterhalb von diesem Parent Feld gibt es noch diese Checkbox für Connected. Wenn ich das einschalte, dann sehen Sie, dann snappt hier der Tail von dem Daumenknochen auch an den gleichen Punkt wie der Handknochen. Und wenn ich dieses Häkchen wieder losmache, dann bleibt er da, aber jetzt kann ich wieder den Knochen nehmen und wegbewegen. Also sobald ein Knochen nicht mehr Connected ist, da kann man ihn auch wegbewegen von seinem Elternteil und da die Hand mit dem Unterarm Connected, also verbunden ist, kann ich jetzt, wenn ich G drücke, kann ich jetzt den Knochen zwar bewegen, aber das zieht dann automatisch den Unterarm mit sich. Und wenn ich hier Connected wegmache, dann kann ich die Hand wieder auch separat bewegen, aber durch diese Verparentung folgt also die Deformierung im Object Mode später, beziehungsweise im Pose Mode von dem Daumen dann auch der Hand. So, und das Gleiche wurde jetzt hier automatisch auch schon ausgeführt, allerdings noch nicht die richtige Benahmung. Also das müsste man jetzt hier noch manuell ausführen. Und das erspare ich uns jetzt aber, das dauert mir jetzt zu lange. Und stattdessen mache ich jetzt mal bei den Beinen weiter. Also genauso wie ich hier die Arme erstellt habe, möchte ich auch die Beine erstellen. Klicke jetzt hier auf den Tail, also auf die Wurzel von unserem Körperknochen und drücke jetzt wieder Umschalt E, damit ich hier erstmal diese Verzweigung erzeuge durch dieses X-Axis Mirroring. Also Shift E kann hier jetzt diese Hüftknochen extrudieren und jetzt können wir auch mal drei drücken, um von der Seite zu gucken. Ja, macht die Sitzen eigentlich ganz gut und ausgehend von diesen Hüftknochen können wir jetzt noch die Beine extrudieren. Und das mache ich vielleicht am besten von der Seite, denn die Knie sind ja so leicht eingeknickt. Also in der Seitenansicht drücke ich jetzt nochmal E bis in das Knie hinein, dann nochmal E bis zur Ferse und E bis hier für den Fuß und dann nochmal E für die Zehen. Und in dem Fall würde ich jetzt gerne die beiden Knochen rotieren und zwar um die Ferse herum. Deswegen wähle ich jetzt mal den Tail aus, drücke Shift S3, damit der Cursor hier sitzt, gehe jetzt in den Cursor Pivoting Modus und dafür gibt es auch einen Shortcut, nämlich Punkt, also einfach ganz normal die Punkt-Taste, Punkt und damit wechselt man hier in den Cursor Pivoting Modus, kann jetzt die beiden Bones auswählen und mit RZ hier etwas drehen, sodass es hier besser an die Füße dran passt und weil ich jetzt mit diesem Cursor Pivoting fertig bin, gehe ich wieder zurück in den normalen Modus beziehungsweise in den Bounding Box Pivoting Modus und dafür ist der Shortcut Komma. Also Komma geht hier zu Bounding Box und Sie wissen ja, Bounding Box ist relativ ähnlich wie Median Point, deswegen kann man hier auch einfach immer mit Punkt und Komma zwischen Cursor und normalem Pivoting hin und her schalten. Also Komma für Bounding Box und jetzt könnte man noch die Benahmung anpassen, aber das spare ich mir jetzt auch mal gerade, denn wir sind jetzt ja im Grunde fertig. Also wir haben jetzt die Knochen für jedes Körperteil erstellt und deswegen können wir jetzt anfangen mit der Verparentung von Objekt an die Armatur. So, ich habe jetzt also die Knochen alle umbenannt und ich möchte mir jetzt die Knochen Namen auch mal im Viewport anschauen und das kann man einstellen, indem man hier bei den Armaturoptionen hier noch als Extraoption Names einschaltet und jetzt sehen Sie hier also Schulter L, Oberarm L, Unterarm L, Oberarm R und so weiter. Jetzt können wir hier auch die Namen sehen und ganz wichtig ist eben, dass die linke Seite immer dieses Unterstrich L hat und die rechte Seite das Unterstrich R. Warum, das sehen Sie später noch. Aber jetzt kann man die Namen auch mal kurz wieder ausblenden. Also hier will ich das Häkchen rausnehmen und jetzt geht es also darum, das Ganze auch aneinander dran zu binden. Denn im Moment ist die Armatur ja noch separat von dem Mesh und das Mesh verwendet auch noch nicht den Modifier. Und bevor ich jetzt aber die Armatur auf das Objekt anwende, will ich beides noch so skalieren, dass es etwas mehr Sinn macht als die momentane Einstellung, denn hier haben wir jetzt einen Charakter, der 8 Meter groß ist und da wir die andere Szene auch so konzipiert hatten, dass eine Blend-Einheit so in etwa einem Meter entspricht, will ich das jetzt auch so skalieren, dass das beides hinhaut. So, jetzt mache ich erstmal die Sidebar auf, schaue mir hier die Dimensions an und wähle sowohl die Armatur als auch den Charakter aus. Und zwar die Armatur, ganz wichtig, im Object-Mode. Also Object-Mode, Armatur und dann noch den Körper und habe jetzt hier schon 3D-Cursor-Pivoting eingestellt, sodass, wenn ich jetzt S drücke, dass jetzt hier beides gleichmäßig zum Fußboden hin skaliert wird. Ansonsten, wenn ich das nicht hätte, dann würde halt hier in die Mitte skaliert werden und dann müsste ich den Charakter nochmal extra runter bewegen oder das will ich nicht, denn der soll auf dem Boden stehen. Also Punkt, damit hier auf 3D-Cursor eingestellt wird und jetzt nochmal S und dann so weit runter skalieren, bis hier bei den Dimensions auch so ungefähr 1,70 Meter oder 2 Meter verwendet werden. Können wir mal 2 Meter nehmen. Also bis hier der Kopf bei der 2-Meter-Marke ist, also so in etwa. Und wenn ich mir jetzt nochmal hier ein Objekt auswähle und die Dimensions anschaue, gut 2,20 Meter, das ist immer noch ein bisschen viel. Also machen wir mal so. Oh, und ich hatte mich hier sowieso verlesen, das waren ja nicht 2,20 Meter in der Höhe, sondern das ist die Breite, die X-Achse. Und hier, also Z-Achse, der ist jetzt 1,90 groß und das ist wunderbar. Jetzt sehen Sie aber, dass hier die Skalierung auf 0,27 steht und auch wenn das jetzt im Moment noch nicht schlimm ist, später, wenn man mit Constraints arbeitet, wenn man die Armatur anwendet, dann könnte das zu Problemen führen. Und in der Regel ist es im Blender immer gut, dass bevor man irgendwelche Modify verwendet, irgendwelche Constraints einstellt oder auch Parenting verwendet, dass man die Skalierung auf 1 zurücksetzt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier 1 reinschreiben will, denn wenn ich das tun würde, dann würde ich ja den Charakter wieder groß skalieren. Also ich möchte nicht hier das mit 1 überschreiben, sondern ich möchte die Skalierung anwenden oder freezen, wie auch immer man das jetzt sagen möchte, sodass jetzt zwar die Dimensionen bleiben, dass hier aber wieder 1 steht. Und das kann man machen, indem man hier zu Object geht und dann gibt es hier das Apply-Menü, Apply Scale, Shortcut wäre STRG A, also Apply Scale und es hat sich hier erstmal nichts geändert, aber die Skalierung steht jetzt wieder bei 1. Das gleiche möchte ich mit der Armatur machen, damit nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt Alt-S drücke, die Armatur wieder zurückspringt auf ihre ursprüngliche Größe, also STRG A, Apply Scale, das steht jetzt wieder auf 1 und wenn ich jetzt Alt-S drücke, dann tut sich also nichts. So, nachdem wir die Skalierung jetzt derart angewendet haben, können wir jetzt das Parenting vornehmen, also ich wähle erst das Mesh aus und dann die Armature und drücke dann STRG P und wähle dann Set Parent to Object with Automatic Weights. Und daher können wir jetzt in den Pose Mode gehen, also die Armatur auswählen und dann entweder über das Menü oder mit dem Shortcut STRG Tabulator Taste in den Pose Mode gehen und können jetzt hier den Körper verformen. Und so könnten wir schon direkt anfangen zu animieren, aber vorher möchte ich Ihnen noch ein paar Sachen zeigen, zum Beispiel das schon angesprochene Weight Painting. Denn es kann ja zum Beispiel sein, dass Ihnen die Art, wie sich dieser Körper hier deformiert, nicht gefällt. Vielleicht finde ich jetzt ja hier irgendwie eine Stelle, die ein bisschen merkwürdig aussieht. Ja, und zum Beispiel hier, wenn ich hier das Bein bewege, dann könnte es sein, dass man jetzt hier die Deformation gerne etwas anders hätte und dazu kann man jetzt das Weight Painting verwenden. Und mit dem Weight Painting kann man ja die Vertex Groups von dem Objekt steuern, sodass ich jetzt erstmal wieder das Objekt auswähle und wenn ich jetzt mal zu der Object Data gehe, dann sehen wir hier ja alle Vertex Groups und wenn ich jetzt hier in den Weight Paint Modus wechsle, dann kann man je nachdem, welcher Bone hier ausgewählt ist, das Gewicht einstellen, das dieser Bone auf die Oberfläche hat. So, und jetzt habe ich hier gerade dieses Bein ausgewählt. Wenn ich jetzt das Bein bewege, dann sehen Sie, dass sich also hier auch der Bauch bewegt und wenn man das nicht will, dann würde ich jetzt die Gewichtung, die dieses Bein auf den Bauch hier hat, verringern und das kann man tun, indem man den Pinsel wechselt und dann statt Add oder Draw den Subtract Pinsel verwendet, also den Abziehen Pinsel. Und wenn ich jetzt hier drüber male, dann sehen Sie vielleicht, ich mache das mal hier unten, dann sieht man es besser, dass jetzt durch diesen Pinselstrich die Gewichtung hier kleiner wird. Also es wird Gewicht oder Einfluss abgezogen, sodass wenn ich jetzt hier ganz viel von dieser Gewichtung abziehe, wenn ich jetzt nochmal den Beinknochen bewege, dann sehen Sie, dass sich diese Bewegung jetzt nicht mehr auf diese Vertices hier oben auswirkt, sondern wirklich nur noch hier auf die Vertices vom Bein. Und um das Gewicht hier wieder hinzuzufügen, gehe ich nochmal auf Add und male hier vorsichtig, denn gerade bei Add, wenn ich hier eine Gewichtung von 1 eingestellt habe, dann kann es also sein, dass hier zu viel Gewicht hinzugefügt wird, sodass wenn ich jetzt nochmal das Bein bewege, sich es wieder viel zu viel von dem Bauch bewegt. Und jetzt zeige ich noch einen anderen Brush, nämlich den Blur Brush. und Blur oder Weichzeichnen. Da kann ich jetzt hier überblenden. Ich mache erstmal den Pinsel kleiner, natürlich wieder mit F. Also Sie sehen hier, das Interface bleibt da konsistent und kann jetzt hier also überblenden von dieser blauen Region in diese grüne Region. Vorher vielleicht aber lieber noch ein bisschen was von dieser Gewichtung abziehen. Das ist mir jetzt hier gerade noch zu viel. Also jetzt nochmal den Blur Brush und jetzt kann man also diesen Übergang hier etwas weich zeichnen. Auch hier hinten. Genau. So und auch das Weight Painting kann man mit Symmetrieoptionen betreiben. Also man kann hier einstellen und das war eingestellt, dass automatisch über die X-Achse gespiegelt wird. Das heißt, alle Gewichtungen, die ich hier vornehme, die werden auch gespiegelt. Und zwar nur, wenn hier wieder die Benahmung korrekt ist. Also wenn die Bones als Endung unterstrich L und unterstrich R verwenden, dann weiß Blender, dass hier also die Gewichtungen von diesen Vertices, von diesen Bones, gespiegelt werden sollen. Und neben dem Weight Painting kann man natürlich auch den Edit-Modus verwenden, um die Gewichtung zu kontrollieren. Denn letztendlich ist ja dieses Weight nichts anderes als eine Eigenschaft der Object Data. Also kann man jetzt ja auch hier im Edit-Modus, wenn Sie zum Beispiel bestimmte Vertex-Gruppen entfernen wollen oder Vertices aus einer Vertex-Gruppe entfernen wollen. Also jetzt sagen wir mal, wir können uns ja mal vorstellen, dass die Hände und Arme fälschlicherweise eine Gewichtung von dem Oberschenkel bekommen hat. Also die Hände und Arme könnten jetzt versehentlich zu dieser Oberschenkelgruppe hinzugefügt worden sein. Und wenn das der Fall wäre, dann können Sie jetzt hier zum Beispiel alles auswählen, alle Vertices auswählen, die jetzt zu den Armen gehören, wählen dann die entsprechende Vertex-Gruppe aus und können jetzt sagen Remove. Und damit werden jetzt diese Vertices aus der Gruppe Oberschenkel-R entfernt. Oder Sie stellen sich das umgekehrt vor. Die Vertex-Gruppe Oberschenkel-R wird von den Händen abgezogen. Also wie auch immer man das sehen will, also auf diese Weise können Sie schnell auch komplette Gruppen entfernen. Können natürlich auch die ganze Gruppe hier löschen mit diesem Minus oder wenn Sie sämtliche Vertex-Gruppe-Informationen von Ihrem Charakter löschen möchten, dann können Sie hier auf diesen kleinen Pfeil gehen und können jetzt hier mit Delete All alle Vertex-Gruppen entfernen. Also das sind so die Bearbeitungsmöglichkeiten von dieser Gewichtung und nachdem diese Gewichtung jetzt so mehr oder weniger hinhaut, könnten wir jetzt den Rigging-Prozess soweit abschließen, indem wir noch ein paar Constraints hinzufügen. Auch wenn in diesem Stadium unser Charakter schon relativ benutzbar ist, also man kann Knochen auswählen und die Knochen hier bewegen, haben wir doch noch ein paar Probleme. Denn eines der Probleme ist zum Beispiel, dass wenn ich jetzt den Charakter nicht nur hier so verformen will, sondern auch von A nach B bewegen, dann würde ich jetzt hier den Körperknochen zum Beispiel auswählen, aber wenn ich den jetzt bewege, dann bleiben die Beine da, wo sie sind. und wenn ich den hier nach oben bewege, dann ist das auch nicht unbedingt das, was man erreichen will. Aber warum ist das überhaupt so? Wir haben doch auch die Hüfte aus dem Körper heraus extrudiert, genauso wie wir das mit den Schultern gemacht haben. Und im Falle der Schultern funktioniert es doch auch. Wenn ich hier die Brust bewege, dann folgen hier die Schultern, aber hier bei der Hüfte ist das nicht der Fall. Also hier bleibt die Hüfte da, wo sie ist und wenn ich den Körper hier bewege, auch dann hat das keinen Einfluss auf die Hüftknochen. Und das liegt daran, dass wir die Hüfte nicht aus der Spitze von dem Körperknochen extrudiert haben, sondern aus dem Wurzelknochen, also hier aus dem Tail. Und um das mal kurz zu verdeutlichen, mache ich mal eine neue Armatur. Also wenn ich hier aus der Spitze einen neuen Knochen extrudiere, dann sehen Sie, dass dieser Knochen automatisch mit seinem Ursprungsknochen verparentet ist, also verbunden ist. Das heißt, diesen Knochen kann ich jetzt auch bewegen, aber dann folgt hier eben diese andere Knochen. Das heißt, hier haben wir ein verbundenes Gelenk. Wenn ich diesen Knochen dupliziere, dann wird auch dieser Parent-Verhältnis mit dupliziert, allerdings so, dass hier ein Offset ist. Das hatten wir vorhin schon gesehen. Wenn ich hier diesen Knochen auswähle und sage Connected, dann springt er wieder hier an diesen ersten Knochen und ist damit so verbunden. Wenn man aber jetzt diesen Knochen auswählt und aus dem Tail, also hier aus diesem Anfangspunkt extrudiert, dann sehen Sie, hier ist jetzt kein Parent. Das heißt, eine Parent-Child-Relationship, die kann immer nur von Tip zu Tail gehen. Und ich kann nicht zwischen zwei Bone-Tails, also zwischen zwei Anfangspunkten von einem Knochen, diese Parent-Child-Relationship haben. Das geht immer nur von Tail zu Tip. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Knochen an den Hauptknochen dran parente, also Umschaltauswahl, dann Steuerung P, dann habe ich jetzt die Wahl, entweder Connected, also so wie die beiden hier oben, oder mit Keep Offset. Und selbst wenn ich jetzt sage hier Keep Offset, auch dann geht hier diese Verbindungslinie zu der Spitze von dem Knochen. Und wenn ich das jetzt nochmal verparente, Steuerung P, dann habe ich jetzt nur noch zur Auswahl Make Parent Connected und jetzt springt er auch hier oben hin und haben jetzt also diese Verhaltensweise. Und genau das ist der Grund, warum die Hüfte auch hier unabhängig ist. Also die hat ja kein Parent. Gut, und die Lösung ist natürlich, ich wähle jetzt beide Hüftknochen aus, wähle anschließend noch hier diesen Körperknochen aus und sage jetzt Steuerung P, Make Parent und zwar nicht Connected, denn die Hüfte soll da unten bleiben, sondern Keep Offset. Gut, also das ist jetzt passiert. Und wenn ich jetzt in den Pose Mode wechsle und jetzt hier diesen Knochen bewege, dann tut die Hüfte genau das, was sie soll, nämlich sie bewegt sich mit dem Körperknochen mit, aber wenn ich jetzt den Charakter sich zur Seite neigen lassen will, dann sollten die Beine natürlich trotzdem noch auf dem Boden stehen bleiben. Und auch wenn der Charakter sich jetzt nach vorne beugen soll, dann wäre es natürlich auch schön, wenn sich hier die Hüfte nicht mit rotiert, sondern eben nur der Körper nach vorne, wenn die Füße also auf dem Boden bleiben. Also in diesem Fall bringt uns dieses Parent-Child-Relationship nicht weiter, deswegen lösche ich jetzt den Parent für die beiden Hüftknochen mit Alt-P und zwar nicht nur Disconnect-Bone, sondern ja, Clear-Parent. So, jetzt haben wir also wieder das Problem wie vorhin und jetzt kommen unsere Constraints zum Tragen. Denn was soll passieren? Diese Hüftknochen, die sollen immer hier an diesem Punkt bleiben, sollen aber unabhängig sein von der Rotation von diesem Hauptknochen hier. Und daher können wir jetzt diesen Knochen einen Constraint vergeben und zwar nicht einen Object-Constraint, den wir hier sehen, sondern einen Bone-Constraint. Und diese Bone-Constraints, die sind eigentlich genau die gleichen, die wir auch hier haben, aber beziehen sich eben nur auf die einzelnen Knochen. So, das heißt, was wir wollen, ist ein Copy-Location-Constraint und dieser Bone, dieser Knochen, der soll jetzt die Location, also die Position von diesem Knochen kopieren. Und deswegen wäre das Target hier die Armatur und innerhalb von der Armatur dann dieser Körperknochen. Deswegen kann ich den jetzt hier rausfiltern, indem ich einfach K, O, tippe und jetzt habe ich jetzt Auswahl, Kopf oder Körper und in dem Fall ist es also der Körper. Sie sehen also, hier ist nichts weiter passiert, aber wenn ich jetzt den Körperknochen auswähle und G drücke, dann folgt jetzt dieser eine Hüftknochen dem Körper und wenn ich R drücke, dann bleibt diese Rotation also hier unbeeinflusst. Und das ist also genau das, was wir brauchen. Deswegen Alt-R und Alt-G. Und dieser Hüftknochen, der soll jetzt also auch diesen Copy-Location-Constraint bekommen. Viel schneller ist es natürlich, wenn man das nicht über dieses Menü macht, sondern wenn man Blender direkt sagen kann, welcher Knochen wo welchen Constraint erzeugt. Und das geht also wie folgt, man wählt erst das Ziel aus, nämlich hier dieser Knochen und jetzt wählt man anschließend den Knochen aus, der den Constraint bekommen soll und das ist natürlich dieser Hüftknochen. Also jetzt den Knochen auswählen und der Shortcut ist STRG-UMSCHALT-C. Also STRG-UMSCHALT-C, ADD CONSTRAINT und zwar Copy-Location. Und Sie sehen, jetzt ist also auch dieser Knochen hier so grün geworden, hat den gleichen Constraint, nämlich Copy-Location, Armature zu Körper. Und jetzt kann ich hier den Körper völlig unabhängig von der Hüfte rotieren, aber sobald ich den Körper hier bewege, dann folgt die Hüfte. Und wichtig dabei zu wissen ist, dass diese Constraints nur im Pose-Mode funktionieren. Wenn ich also wieder zurück in den Edit-Modus gehe, dann springt alles wieder auf den Ursprung zurück. Das heißt, im Edit-Modus editiere ich wirklich die Position, und zwar die Ursprungsposition von diesem Knochen, sodass wenn ich im Edit-Modus den Körper wegbewege und jetzt wieder zurück in den Pose-Mode gehe, mit STRG-Tabulator, dann hat sich das jetzt auch hier auf den Pose-Mode ausgewirkt, aber trotzdem kommen hier noch diese Constraints zum Tragen. Also Edit-Mode sieht so aus, Pose-Mode sieht so aus. Das heißt also, diese Constraints, die funktionieren im Edit-Modus nicht. Das heißt, im Edit-Modus ist die Hüfte wieder da, wo sie ursprünglich auch war. Nur im Pose-Mode kopieren diese beiden Hüftknochen die Position von dem Hauptknochen, von dem Körperknochen. Und hier im Edit-Modus, da kann ich jetzt auch nicht Alt-G drücken. Also hier ist das Verhältnis Edit-Mode, Object-Mode, beziehungsweise auch Pose-Mode wirklich genauso, wie das bei den Vertices der Fall ist. Also die Vertices, wenn ich die bewege, dann sind die bewegt und bleiben auch da. Aber wenn ich im Object-Mode ein Objekt bewege, dann kann ich dessen Position mit Alt-G auch wieder auf den Nullpunkt zurücksetzen. Also deswegen drücke ich jetzt STRG-Z und zwar bis meine Ursprungshaltung wiederhergestellt ist, nämlich so. Und jetzt erschließt sich vielleicht auch, warum ich diesen Knochen Körper genannt habe. Denn im Pose-Mode kann ich jetzt mit diesem einen Knochen den ganzen Körper bewegen und nicht nur ein einzelnes Körperteil, wie hier mit der Brust zum Beispiel. Also deswegen wird das hier der Körper genannt. Aber jetzt erstmal wieder Alt-R und Alt-G, damit alles wieder schön am Nullpunkt sitzt. Und jetzt möchte ich noch einen weiteren Constraint erzeugen. Und zwar wäre es schön, wenn man die Hände so bewegen kann, dass die Arme automatisch folgen. Denn wenn ich jetzt die Hand auswähle und G drücke, dann ist ja das Einzige, was ich machen kann, diese Rotation. Nun wäre es schön, wenn der Arm dann automatisch folgt und dafür gibt es einen Constraint, nämlich den Inverse Kinematic Constraint, die Inverse Kinematik oder auch die umgekehrte Bewegung. Und die würde es eben erlauben, dass man mithilfe von nur einem einzigen Bone eine ganze Kette, eine ganze Bone Chain hier bewegen kann. Also alle diese Bones sind ja innerhalb von dieser Parent-Child-Relationship und die würden dann alle mitbewegt werden. Und wie bei den anderen Constraints braucht man hier üblicherweise auch ein Target, also einmal den Knochen, der den Constraint bekommt und eine Knochen, auf den sich dieser Constraint bezieht. Und in dem Fall wäre das Ziel die Hand. Also dieser Handknochen ist unser Ziel, unser Target Bone und der Bone, der den eigentlichen Constraint kriegt, das wäre dann hier der Unterarm. Also erst die Hand, den Target Bone, auswählen, anschließend dann den Unterarm und jetzt wieder mit dem Shortcut STRG-SHIFT-C kann man jetzt hier diesen Inverse Kinematic Constraint erzeugen. Und wenn man das tut, dann sehen Sie, dieser Bone ist jetzt nicht grün geworden, sondern gelb und hier haben wir auch diese gelbe gestrichelte Linie. Und das ist also die typische Farbe von einem IK-Constraint, der wird dann nämlich gelb und diese gestrichelte Linie, die zeigt an, wie weit der Einfluss geht. Schauen wir uns mal das Panel an hier, also die Bone Constraints und hier sehen Sie jetzt diesen IK-Constraint, wiederum mit dem Target, also das Objekt ist die Armature, der entsprechende Bone wäre dann hier die Hand und hier gibt es jetzt die Einstellung Chain Length. Und wenn die auf 0 steht, dann heißt das nicht etwa, dass die Länge 0 ist, sondern das bedeutet, dass alle Bones verwendet werden. Und erst wenn ich diese Chain Length auf 1 stelle, dann sehen Sie, wie jetzt diese Linie verschwindet, denn jetzt geht der Einfluss nur einen Bone, nämlich bis hier. Und wenn ich diese Chain Length erhöhe, dann sehen Sie, wie jetzt hier diese Linie sich erweitert und bis zu der Schulter geht, sodass wenn ich jetzt die Hand auswähle und G drückt, dann würde man ja erwarten, dass man jetzt diese ganze Kette von Bones bewegen kann, denn die sind ja alle in dieser Parent-Child-Relationship. Aber wenn ich jetzt G drücke, dann funktioniert das eben nicht und das liegt daran, dass der Target Bone nicht Teil von dieser Parent-Child-Kette sein darf. Das heißt, wenn die Hand jetzt das Steuerungselement sein soll für diese IK Chain, dann muss ich erstmal die Hand aus dieser Kette raus bewegen. Das heißt, ich wähle jetzt die Hand aus, drücke Alt-P für Clear Parent, wähle jetzt Clear Parent aus und kann, wenn ich jetzt die Hand bewege, mit der Hand diese ganze Kette steuern. So, und eine Sache ist hier etwas merkwürdig, denn der Daumen bewegt sich hier ganz komisch und das liegt daran, dass der Daumen ein Child ist und zwar vom Unterarm. Kann man sich hier nochmal anschauen und stattdessen wäre es besser, wenn der Daumen auch ein Kind-Objekt von der Hand wäre. Also wähle ich jetzt erst den Daumen aus, dann die Hand, drücke STRG-P und dann natürlich nicht Connected, sondern Keep Offset und wenn ich jetzt nochmal in den Pose-Mode gehe, dann kann ich jetzt die Hand bewegen und der Daumen bewegt sich hier in einer Art und Weise mit, dass es auch irgendwie Sinn macht. So, und das Schöne ist hier, ich kann jetzt die Hand nehmen und bewegen, kann hier den Daumen noch bewegen und kann aber gleichzeitig auch diese Knochen noch auswählen und in ihrer Ausrichtung etwas ändern. Aber der große Vorteil ist eben, dass man jetzt mit einem Knochen, mit einem Bone diese ganze Kette steuern kann und das macht es natürlich sehr viel einfacher, um solche Bewegungen zu erzeugen. Und jetzt gibt es einen Sonderfall von diesem IK-Constraint, denn der IK-Constraint ist einer der wenigen, die ohne ein Target auskommen, also ohne ein Zielobjekt. Deswegen versuche ich das mal an dieser Hand hier zu demonstrieren. Also diese Hand, die muss jetzt erstmal wieder ein Kindobjekt werden von dem Unterarm. Und dafür muss ich jetzt mal kurz X-Axis-Mirror ausschalten, denn das soll sich jetzt nur auf den rechten Arm auswirken. Also Steuerung P Make Parent Connected und jetzt kann man hier X-Axis-Mirror auch wieder einschalten. So, denn der Trick ist jetzt, dass man einen IK-Constraint vergibt und zwar der Hand und es gibt noch einen anderen Shortcut als Steuerung Shift-C, nämlich für den Constraint gibt es noch den Extra-Shortcut Shift-I, also Umschalt-I und habe jetzt die Wahl entweder To New Empty Object oder Without Target. Zeige ich mal kurz, was das tut. Also hier wird, damit überhaupt ein Ziel da ist, ein Extra-Objekt erzeugt, nämlich so ein Empty und mit diesem Empty kann ich jetzt wieder diese ganze IK-Chain steuern, aber die Besonderheit ist nicht dieses Empty, sondern die Besonderheit ist, dass wenn ich jetzt nochmal Shift-I drücke, dass man auch auswählen kann Without Target, dann ist der Constraint-Titel zwar rot, also es wird eine Warnung angegeben, aber die kann man in diesem Fall ignorieren, denn hier ist es dieser Sonderfall, dass jetzt dieser Constraint auch funktioniert, obwohl ich kein Ziel-Objekt habe, also Sie sehen, jetzt kann ich diese Hand auch verwenden und damit die ganze Kette steuern und natürlich geht mir das ein bisschen zu weit, also diese Kette soll jetzt nicht durch diese ganze Kette hindurch bis zur Hüfte gehen, sondern wiederum nur bis zur Schulter, deswegen stelle ich jetzt die und der Unterschied zu der linken Hand ist, dass in diesem Fall die Hand unabhängig rotiert werden kann, das heißt, wenn ich die Hand nach oben bewege, dann sieht das also so aus und wenn ich diese Hand nehme und bewege, dann sehen Sie, dass sich hier die Ausrichtung ändert. Also hier ist es nicht nur eine Bewegung, sondern auch gleichzeitig eine Rotation. Das ist ein Sonderfall. Aber noch die gesamte Kette vorwärts steuern kann, mit der sogenannten Forward Kinematik. Also ich kann jetzt hier die Schulter auswählen und mit RZ nach hinten bewegen und das ist eben dieses Schöne an dieser Sonderform von diesem IK Constraint, dass man diese Bones zwar mit der Hand steuern kann, also man kann hier erstmal eine grobe Ausrichtung vornehmen und kann aber anschließend noch die anderen Bones einzeln noch bewegen und wenn ich das mal bei der linken Hand versuche, dann kann ich mit der linken Hand zwar diese Kette steuern, aber die Kette kann ich jetzt nicht so bewegen, wie ich das hier kann. Also hier sehen Sie, wenn ich jetzt R drücke, dann ist das eine völlig andere Bewegung, als wenn ich hier R drücke. Also hier kann ich mit R auch die Position von der Hand verändern, nämlich vorwärts durch diese Bones hindurch und hier kann ich das nicht. Also hier habe ich die Hand und wenn ich hier diesen Oberarm bewege, dann bleibt die Hand wo sie ist. Also das ist dieser Unterschied und in dem Fall ist das für die Hände ganz praktisch, denn gerade bei den Armen braucht man häufig auch eine Vorwärts Kinematik, die Forward Kinematik und deswegen will ich also diesen Constraint jetzt auch auf der anderen Seite anwenden. Deswegen lösche ich jetzt erstmal diesen IK Constraint und wir sehen schon, das sollte natürlich nicht passieren und das liegt daran, ich muss hier noch dieses Parenting einschalten, also das auswählen, das auswählen, STRG-P, Make Parent Connected und kann jetzt erstmal mit Alt-R und Alt-G die Rotation wieder löschen und jetzt wähle ich nochmal die Hand aus, drücke Shift-E Add IK without Target, Chain Length 3 oder 4, je nachdem, ob die Schulter sich mitbewegen soll oder nicht und habe jetzt also links und rechts die gleichen Steuerungsmöglichkeiten so. Also das sind die Hände und für die Beine können wir das Gleiche machen, aber für die Beine möchte ich die Methode verwenden, die ich hier auch bei der Hand verwendet hatte. Also zunächst mal wähle ich die Füße aus und sage jetzt Alt-P Clear Parent und jetzt werden die Fußknochen die Zielobjekte für eine IK und diese IK setzt in dem Fall dann am Unterschenkel an. Deswegen also erstmal Fuß auswählen dann den Unterschenkel dann Shift I und jetzt sehen Sie hier das hat sich geändert to active bone chain length gleich zwei und wenn ich jetzt den Fuß auswähle dann kann ich hier jetzt das Bein sich bewegen lassen und zwar sehr natürlich denn jetzt bewegt sich der Fuß ja nicht mit also jetzt kann ich hier schön den Charakter auch Treppen steigen lassen und toll ist auch dass man jetzt hier den Körperknochen auswählen kann und da der Fuß ja außerhalb von dieser Kette ist also diese Bewegung nicht mit übernimmt durch eine parent child relationship bleibt der Fuß jetzt da wo er ist und kann jetzt hier auch den Charakter Kniebeugen machen lassen das soll natürlich auch rechts funktionieren deswegen den Knochen auswählen dann den Shift I add to und jetzt nochmal A und dann alt R alt G und kann jetzt hier diesen Knochen schön bewegen und hier Kniebeugen machen lassen so warum sieht das jetzt so merkwürdig aus das liegt daran ich hatte vergessen hier die Chainlength einzustellen also Chainlength ist 2 und jetzt ist es schön symmetrisch und wir haben jetzt hier unseren kleinen Charakter der sich bewegen kann nun gibt diesen Charakter so zu riggen dass man ihn später dann auch schnell und effektiv animieren kann aber alle diese Techniken vorzustellen dafür fehlt uns hier die Zeit eine Sonderform des Riggings sind die sogenannten Shape Keys manchmal auch Blend Shapes genannt und mit diesen Shape Keys können sie wie der Name schon sagt Formen animieren und das ist besonders bei der Gesichtsanimation wichtig denn gerade hier kann es also schwierig sein hier mit Bones dieses Gesicht zu deformieren und das ist natürlich sehr viel einfacher im Edit Modus oder sogar im Sculpt Mode bestimmte Formen zu erzeugen als die jetzt mit Bones hervorzurufen und diese Blend Shapes sie funktionieren eben so dass man in der Object Data also hier drüben erstmal eine Basis Form vergibt also Sie sehen ja hier diese Shape Keys und ich erzeuge jetzt mal einen neuen und der erste Shape Key das ist immer die Basis also die Ausgangsform von der aus man dann neue Shape Keys erzeugen kann das heißt ohne jetzt hier weiter was dran zu machen ich klappe mal die Vertex Groups ein erzeuge ich jetzt einen neuen Shape Key und dieser Key heißt jetzt Key 1 und hat hier rechts einen Wert der gerade bei 0 ist was es mit dieser Zahl auf sich hat das sehen wir gleich aber ich möchte jetzt erstmal für diesen Shape Key eine neue Form erzeugen das heißt jetzt wo dieser Key aktiv ist kann ich in den Edit Modus gehen und kann jetzt hier eine neue Form erzeugen und zwar möchte ich das mal tun mit dem Proportional Editing das hatten wir schon kennengelernt bei dem UV Image Editor und dieses Proportional Editing das haben wir hier jetzt eben auch und zwar hier in der Menüleiste gibt es diese Auswahl Proportional Editing können hier jetzt das einschalten und wenn ich jetzt einen Punkt auswähle und G drücke dann sehen sie dann haben wir jetzt hier diesen Kreis und alles was innerhalb von diesem Kreis ist wird jetzt von der Bewegung beeinflusst und wenn ich jetzt das Mausrad bewege dann kann ich jetzt auch hier diesen Vorlauf vergrößern oder verkleinern so dass ich jetzt hier also das Auge hier runter bewegen kann das gleiche mache ich auch hier rechts und den Mund bewege ich jetzt mal so nach oben haben jetzt also hier eine missmutige Suzanne auch hier mal die Augenbrauen runter so und kann jetzt hier also ganz frei eine Form erstellen und wenn ich jetzt aus dem Edit Modus wieder raus gehe dann sehen sie springt mein Objekt wieder auf die Ausgangsform zurück also das was sie hier sehen ist die Basis und zwar obwohl hier unten Key 1 eingestellt ist also Monkey Doppelpunkt verwendet den Shape Key Key 1 und der Grund warum ich jetzt hier trotzdem die Form meiner Ausgangsform also die Basis sehe ist das hier 0 ist das heißt ich kann jetzt hier den Wert von meinem Shape Key auf 1 stellen und Sie sehen jetzt wie jetzt langsam sich jetzt der Kopf hier so verformt dass jetzt hier diese Form von Key 1 verwendet wird und diesen Slider den kann man animieren so dass ich jetzt sagen könnte bei Frame 1 wird der Wert 0 verwendet und um jetzt hier diesen Keyframe zu setzen bring und wenn ich jetzt zu Frame 20 gehe dann könnte ich hier den Wert auf 1 stellen und könnte jetzt hier wieder mit der Maus über diesen Slider I drücken oder man kann auch alternativ die rechte Maustaste betätigen und sagen hier Insert Keyframe und hier zwischen findet jetzt diese Animation statt und auf diese Weise kann man also auch solche Deformierungen animieren und der Grund warum diese Shape Keys auch manchmal Blend Shapes genannt werden ist dass man diese Keys auch ineinander überblenden kann so dass wenn ich jetzt hier einen zweiten Key erstelle und nochmal in den Edit Modus gehe dann springt erstens die Form wieder auf meine Ausgangsposition zurück und zweitens sehe ich jetzt auch den Keyframe 1 nicht mehr so dass ich jetzt eine ganz andere Mimik hier erzeugen kann zum Beispiel das Gegenteil also die Augen weit aufgerissen und kann man hier irgendwie ein Lächeln erzeugen vielleicht mit einem anderen Falloff also G so also so zum Beispiel und wenn ich jetzt aus dem Edit Modus wieder raus gehe dann ist natürlich genauso wie vorher die Form wieder zurück gesprungen und zwar jetzt auf Key 1 denn bei Frame 20 war Key 1 ja auf 1 gestellt so also jetzt gehe ich wieder zu Frame 0 zurück um das ausprobieren zu können und wähle jetzt Key 2 aus sage hier jetzt Value ist 1 und wenn ich jetzt den Slider auf Wert 1 setze dann haben wir jetzt hier natürlich diese Mimik aber wenn ich das jetzt kombiniere das heißt ich lasse den Wert jetzt bei 1 und gehe zu Frame 20 wo wir ja den Keyframe für Key 1 gesetzt hatten dann werden diese beiden Formen jetzt ineinander übergeblendet und das erzeugt natürlich jetzt diesen etwas merkwürdigen Gesichtsausdruck aber Sie sehen schon hier kann man mit diesen Blend Shapes mit diesen Shape Keys kann man hier eine ganze Menge machen und gerade bei der Gesicht animation ist das ganz wichtig möchte ich dafür noch eine schöne Steuereinheit bauen denn wenn man das jetzt in einer Animation hätte mit einer Armature und einem ganzen Charakter in einer Szene dann wäre es natürlich auch wieder sehr mühsam wenn ich hier immer diese Slider betätigen müsste und hier die Keys setzen und animieren deswegen gibt es noch eine viel einfache Variante dazu und das sind die sogenannten Drivers um Ihnen das zu demonstrieren möchte ich hier erstmal diesen Keyframe löschen also ich gehe zu Frame 1 rechte Maustaste Delete Keyframe das gleiche mache ich bei Frame 20 also hier Delete Keyframe und jetzt können wir die wieder einstellen wie wir wollen und statt jetzt diesen Value Slider zu bewegen um diese Mimiken zu steuern möchte ich einen Driver erzeugen also ein Objekt was diese Shape Keys steuert also ich zoome mal etwas raus und erstelle einen Würfel es ist also völlig egal was es ist es könnte auch ein Empty sein aber in dem Fall verwende ich jetzt mal einen Würfel und die einzige Aufgabe von diesem Würfel ist es jetzt diese Mimik zu steuern das heißt wir brauchen jetzt irgendwie eine Verknüpfung und deswegen wähle ich nochmal hier den Monkey aus und gehe zu Key 1 und erzeuge jetzt einen Driver und kann jetzt hier sagen statt Insert Keyframe Add Driver und wenn ich das tue wird dieses Feld lila ich kann das hier zwar bewegen aber das springt immer wieder auf den Wert 1 zurück und diese lila Farbe die zeigt mir jetzt an dass jetzt hier ein Driver erzeugt worden ist und jetzt muss ich noch irgendwie diesen Driver verknüpfen mit dem Würfel und dieses Erzeugen von Drivern das ist ein durchaus komplexes Thema ich versuche das aber jetzt schnell und anschaulich zu erklären also das erste was ich mache ich splitte den Viewport das hatten wir schon mal gemacht und hier drüben erzeuge ich jetzt statt der 3D Ansicht den Graph Editor und während ich im Graph Editor bin kann ich hier genauso wie wir das beim Dope Sheet machen konnten wechsle ich jetzt hier von F-Curve Editor zu Drivers und hier bei Drivers da sehen wir jetzt hier haben wir unser Monkey und dieser Monkey hat einen Key und wenn ich den jetzt mal ausklappe dann sehen wir dass wir hier einen Driver haben für den Wert von Key 1 und mit STRG mittler Maustaste zoome ich jetzt hier mal etwas raus und wir sehen jetzt also hier dieser Driver der geht von 0 bis unendlich also das ist so diese Linie und diese Linie die hilft uns noch nicht weiter also damit können wir noch nichts machen um jetzt diesen Driver also diese Linie also diesen Wert hier zu verknüpfen mit dem Würfel brauche ich die Eigenschaften und die Eigenschaften von dem Driver Fenster die finden sie hier und auch hier sieht es wieder erstmal furchtbar kompliziert aus ähnlich wie beim F-Curve Editor deswegen klappe ich als erstes mal das hier ein das brauchen wir nicht zu sehen auch Active Keyframe brauchen wir nicht das einzige was hier interessant ist ist dieses Drivers Panel so und jetzt will ich jetzt hier nicht alles erklären das ist also eine komplexe Angelegenheit hier ich gehe jetzt mal den einfachen Weg und gehe von Typ von Scripted Expression zu Averaged Value also zu einem Durchschnittswert und dieser Wert braucht erstmal einen Input also hier gibt es einen Fehler nämlich Error Invalid Target Channel also irgendwas haut hier noch nicht hin und jetzt muss ich hier erstmal diese Variable die jetzt hier Var heißt die kann man aber irgendwie benennen ich nenne die jetzt mal Key 1 das ist also die Variable und diese Variable die verwendet einen Transform Channel und das ist auch genau das was wir brauchen denn ich will jetzt dass der Wert der Z Achse von meinem Würfel beeinflusst welche Mimik dieser Monkey hier verwendet die Tools klappe ich hier jetzt mal gerade ein die brauchen wir nicht so haben jetzt also wieder den Monkey ausgewählt und kann jetzt hier sagen dass der Transform Channel verwendet und und zwar von einem bestimmten Objekt und dieses Objekt wähle ich jetzt hier aus das ist der Cube und Sie sehen der Wert ist hier zurück gesprungen und um das jetzt hier zu steuern und zwar mit der Z Achse kann ich hier sagen der Typ von dem Transform Channel das ist die Z Location und zwar gemessen im World Space also nicht im Local Space sondern wirklich der absolute Wert wo sitzt mein Würfel an welcher Koordinate und je nachdem ob der jetzt bei 0 oder 1 sitzt kann ich jetzt hier einstellen welcher Key verwendet wird und deswegen sehen Sie jetzt hier wenn ich verwendet werden deswegen klicke ich jetzt hier auf Value während Key 2 ausgewählt ist also rechte Maustaste Add Driver auch das ist jetzt lila und habe jetzt hier in meinem Drivers Panel den zweiten Key diesen zweiten Key wähle ich jetzt aus mit der linken Maustaste also einmal hier drauf klicken und mache jetzt das gleiche wie eben also ich wechsle erstmal den Typ von Scripted Expression ich nicht um aber der Transform Channel den stelle ich jetzt ein zu Cube und hier soll jetzt nicht die X Location verwendet werden auch nicht die Z Location sondern der Transform Channel den ich hier verwenden will das ist die Rotation um die Y Achse und damit das Ganze jetzt funktioniert drücke ich mal auf Update Dependencies also Abhängigkeiten neu berechnen und Sie sehen dieser Fehler ist jetzt weg denn jetzt passt alles sodass wenn ich jetzt den Cube auswähle ich jetzt durch die Rotation um die Y Achse den Wert von dem Driver einstellen kann und diese beiden Werte kann ich jetzt auch miteinander mischen und zwar indem ich sowohl die Position entlang der Z Achse verändere und gleichzeitig auch die Rotation aktiviere und auf diese Weise kann man dann eine Steuerung für ein Gesicht erstellen man kann nicht nur ein Objekt verwenden sondern ganz viele Objekte sodass wenn ich jetzt einen dritten Key hätte also neuer Key Edit Mode und mache jetzt mal irgendwas nur zur Demo also das ist also völlig wahnsinnig was ich hier mache aber egal also dieser Key 3 der wird aktiviert auch von einem Driver den Driver wähle ich hier aus und möchte ein anderes Objekt haben deswegen sage ich hier Driver ist zum Beispiel ein Empty wähle also wieder den Monkey aus gehe zu Key 3 sage Averaged Value Transform Channel ist das Empty und zwar die Set Location nehmen wir auch den gleichen Wert Update Dependencies und jetzt kann ich hier indem ich das Empty verschiebe auch diesen Keyframe aktivieren also das sind die Shape Keys und die Driver beides schon relativ fortgeschrittene Themen aber natürlich unerlässlich wenn sie einen Charakter auch eine Gesicht Animation vergeben wollen so und da wir jetzt unseren Charakter fertig geriggt haben können wir auch anfangen ihn zu animieren und für die Animation brauchen wir natürlich noch ein paar neue Editoren also den unseren Perspective Viewport jetzt drücke ich mal die Kommataste auf dem Ziffernblock um hier ranzuzoomen und jetzt kann ich hier anfangen den Charakter zu posieren und dann danach zu animieren vielleicht kann man erstmal eine Pose vergeben die hier etwas entspannter wirkt also vielleicht so also soll hier einfach nur entspannt stehen große Frage wie steht man entspannt vielleicht so na gut es ist nicht wirklich entspannt aber egal also so jetzt möchte ich hier einen Keyframe vergeben für alle Bones und zwar auf Frame 1 deswegen drücke ich jetzt erstmal Umschalt und dann die linke Pfeiltaste kann auch einfach hier drauf klicken oder hier Frame 1 eingeben also Umschalt linke Pfeiltaste das bringt mich zu Frame 1 und jetzt wähle ich hier alles aus und drücke I und dann Location und Rotation so und da wir jetzt ganz viele von diesen Keyframes vergeben müssen würde ich vorher erstmal ein Keying Set aktivieren also gehe ich jetzt hierhin aktiviere Location und Rotation und da ich jetzt nicht immer I drücken will sondern es automatisch gehen soll aktiviere ich auch noch Auto Keyframe und natürlich soll Auto Keyframe auch unser Keying Set verwenden deswegen diesen Button noch aktivieren und jetzt kann ich zum Beispiel hier zu Frame 21 gehen und die Pose ändern zum Beispiel können wir unseren Charakter mal laufen lassen also jetzt gucke ich erstmal von der Seite also 3 und 5 damit hier gut sehen kann wie ich hier diesen Fuß bewege und jetzt wähle ich hier den rechten Fuß aus kann man hier auch nochmal überprüfen vielleicht machen wir das etwas größer so also rechter Fuß und den setze ich jetzt nach vorne so jetzt sehen sie dass hier der Fuß sich löst und das liegt daran dass dieses Bein jetzt gestreckt ist und die Länge nicht ausreicht aber wenn man den Fuß nach vorne setzt dann bewegt man in der Regel auch den Körper nach vorne deswegen wähle ich jetzt nochmal diesen Körper Knochen aus und bewege den ganzen Charakter nach vorne so und damit das Ganze noch etwas natürlicher aussieht wähle ich jetzt auch noch die linke Hand aus und bewege die etwas nach hinten denn in der Regel ist es so dass wenn man den linken Fuß nach und natürlich bewegt man den Fuß nicht nur so auf dem Boden nach vorne also man rutscht nicht nur sondern man hebt den Fuß in die Höhe deswegen würde ich jetzt hier den Fuß knochen auswählen und bewegt den hier etwas nach oben zum Beispiel so und jetzt setze ich erstmal einen Keyframe für alle Bones also nochmal A I und da wir jetzt hier alle Bones gekieht haben können wir jetzt diese Pose kopieren schauen wir jetzt erstmal an was wir hier gemacht haben also eine leichte Bewegung nach vorne so und jetzt kopiere ich mir diese Pose und eine Pose kann man kopieren indem man hier die Menüleiste verwendet jetzt gehe ich hier mal rüber und jetzt gibt es hier ganz außen diese Kopier Buttons also hier das wäre der Button Copy Pose to Buffer und das aktiviere ich jetzt mal es werden alle ausgewählten Knochen wird jetzt die Pose kopiert und die kann ich dann wieder einfügen und zwar gehe ich jetzt mal 21 Frames nach vorne also Frame 41 und könnte jetzt diese Pose genau so wie sie ist noch mal pasten also einfügen oder ich könnte sie auch gespiegelt einfügen denn wir haben ja hier diese Benamung verwendet also hinten und deswegen kann ich jetzt hier diesen Button verwenden Paste Mirrored und das mache ich jetzt und Sie sehen jetzt ist genau das Gegenteil von der Pose hier eingefügt worden und wenn ich das jetzt mal abspiele dann bewegt sich hier das eine Bein nach hinten und das andere Bein nach vorne und das sieht natürlich noch nicht wie eine G-Bewegung aus also hier fehlt die Vorwärtsbewegung Character nach vorne geht dann müsste jetzt ja dieser Fuß liegen bleiben und diese Stelle die markiere ich mir jetzt mal mit meinem 3D Cursor also hier wo die Ferse ist da setze ich jetzt mal den Cursor hin zoome dann wieder raus gehe hier zu Frame 40 und bewege jetzt die Füße und den Körper so nach vorne dass die Ferse wieder hier über dem 3D Cursor liegt also wähle ich jetzt den Fuß aus und den und den Körper bewege diese drei Bones wieder nach vorne und zwar so weit dass die Ferse wieder genau über dem 3D Cursor liegt also so und theoretisch müsste das jetzt genügen damit sich dieser Character hier nach vorne bewegt und tatsächlich Schritt Schritt und so weiter also diesen Prozess könnte man jetzt immer fortführen um hier so einen sogenannten Walk Cycle zu erstellen und wenn Sie das Timing ändern wollen dann können Sie das natürlich machen mit dem Dope Sheet also wenn Sie hier das mal einklappen die Summary dann ist es vielleicht etwas einfacher zu handeln also hier kann man jetzt diese Keyframes auswählen und das Timing ändern also wenn der langsamer laufen soll dann können Sie hier diese Keyframes weiter auseinander ziehen oder wenn das Ganze schneller gehen soll dann rücken Sie das einfach wieder näher zusammen und wenn Sie jetzt mehrere Schritte erzeugen wollen auch dann können Sie das Dope Sheet verwenden denn hier können Sie jetzt mit A alles auswählen und dann mit Shift D diese Keys duplizieren hier hinter bewegen und dann ist es natürlich nur noch eine Frage der Anpassung von diesen Keyframes also hier einsetzen und dann zu dem nächsten Frame vorgehen und hier nochmal alle Bones von diesen Knochen auswählen und entsprechend hier nach vorne bewegen und das Ganze dann immer wieder oder Sie können auch versuchen hier mit den Kurven hier das so anzupassen dass die Kurven immer entsprechend sich nach oben bewegen aber Sie merken schon dass Character Animation durchaus eine zeitaufwendige und schwierige Sache ist also das ist jetzt nicht mit drei Klicks getan hier braucht man schon etwas mehr Arbeit das kann man auch immer weiter verfeinern mit immer mehr Keyframes immer genauere Posen erstellen aber wichtig ist erstmal nur für dieses Tutorial dass Sie wissen dass Sie diese Keyframes erstellen können dass Sie die Zeit mit dem Dope anpassen können und dass Sie vor allem die Posen kopieren können und dass Sie die mit Charakter hat dann hat dieser Charakter in der Regel auch eine Umgebung also zum Beispiel unser Wohnzimmer oder eine Straße oder was auch immer also in der Regel hat man einen Charakter und eine Umgebung oder bestimmte Gegenstände mit denen dieser Charakter interagieren kann und dann stellt sich natürlich die Frage wie man das dann organisiert und das bringt uns zu dem Punkt des Importierens und Verlinken von Blender möchte ich jetzt den Charakter verlinken So wie mache ich das da gehe ich natürlich erstmal in das File Menü und nun gibt es hier zwar diese Option importieren aber das bezieht sich nur auf externe Modelle von anderen Programmen und nicht auf Blender Dateien für Blender Dateien könnten Sie den Befehl Append verwenden oder Shift F1 und wenn ich hier jetzt mal drauf klicke so bringt mich das zu dem File Browser und hier kann ich jetzt eine Blender Datei auswählen aus der ich etwas importieren möchte und jetzt gehe ich mal zum Beispiel auf die Datei Charakter Armature 4 also die vierte Version von der Armature von unserem Rigging Kapitel und wenn ich jetzt hier drauf klicke dann öffnet das diese Blender Datei und hier kann man sehen dass die Blender Dateien in einer bestimmten Art und Weise organisiert sind das heißt wir haben hier einmal die Armaturen wir haben Pinseldaten wir haben Kameradaten wir haben Objekte Texturen und die Welt und so weiter und ich gehe jetzt hier mal in den Ordner Objekt und habe jetzt hier zur Auswahl welche Objekte ich importieren will und da nehme ich jetzt mal das Objekt Cube denn ich weiß ich hatte meinen Charakter nicht benannt also der wurde modelliert aus diesem Cube deswegen ist der Name hier noch da also Cube wähle den aus und drücke jetzt auf Link Append from Library und wir haben jetzt also hier unseren Charakter und wenn ich mal rein zoome dann sieht man dass hier auch die Armatur mit importiert worden ist doch ich hatte doch bei diesem Objekt Import ausschließlich auf Cube geklickt warum ist also diese Armatur mit gekommen das liegt daran dass die Armatur ja auch ein Modifier ist von diesem Objekt nämlich der Armature Modifier sodass jetzt Blender automatisch um uns die ganze Sache leichter zu machen diese Armatur die ja zu dem Modifier gehört mit importiert hat daher kann ich jetzt auch hier diese Armatur auswählen kann hier in den Edit Mode gehen oder in Pose Mode und kann jetzt hier anfangen unseren Charakter in dieser neuen Datei zu animieren und da man nicht nur Objekte und Armaturen importieren kann sondern auch andere Dateitypen drücke ich jetzt nochmal Shift F1 für Append und gehe jetzt mal in die Datei von der letzten Lektion wo ich diesen Charakter animiert hatte und jetzt muss ich mal suchen wo das war wahrscheinlich hier in Character Name 2 und jetzt und hier haben wir jetzt eine Armatur Aktion mal schauen was passiert wenn ich die auswähle also ich appende die jetzt drücke Alt A und natürlich passiert noch nichts aber wenn ich jetzt hier mal das Fenster teile und zu dem Action Editor gehe der ist ja hier im Dope Sheet also Dope Sheet ändern zu Action Editor dann kann ich jetzt hier für unsere Armatur eine Action auswählen Alt A drücke dann führt dieser Charakter jetzt diese Animation aus und auf diese Weise können sie ganz unterschiedliche Daten aus anderen Blender Dateien importieren und an ihre Blender Datei anknüpfen also jetzt gehe ich nochmal und drücke Shift F1 vielleicht können wir auch ein Material auswählen für diesen Würfel und da gehe ich jetzt mal in das Wohnzimmer Material Setup wo sind wir denn hier Material Setup 1 gehe jetzt hier in den Ordner mit dem Material und wähle jetzt aus zum Beispiel was könnten wir mal nehmen Glas so Link Append from Library jetzt kann ich hier den Würfel auswählen und das Material das liegt jetzt quasi im Zwischenspeicher und kann verwendet werden deswegen wechsle ich jetzt hier das Material von Material auf Glas und damit haben wir jetzt unser Glas Material importiert und alle diese Daten die liegen jetzt in dieser Blender Datei und können bearbeitet werden das ist natürlich einerseits gut denn wir können sie bearbeiten doch andererseits kann das auch relativ unpraktisch sein gerade wenn man nur einen Charakter animieren will denn angenommen dieser Charakter wäre jetzt nicht dieses simple Mesh bestehend aus 468 Vertices sondern ein aufwendiger Charakter mit Kleidung und Material und anderem und wenn es jetzt nur darum ginge diesen Charakter zu animieren dann wäre es ja verschenkter Speicherplatz wenn jetzt alle diese Geometrie alle diese Daten mit gespeichert werden würden wo es doch nur darum geht Animationskurven zu erstellen und deswegen gibt es noch eine andere Art des Importes nämlich nicht Append sondern Link und dafür mache ich jetzt mal eine neue Datei auf und gehe nochmal und gehe jetzt nochmal in den Ordner mit dem Character also Armand Schiff 4 und jetzt importiere ich Objekt und gehe jetzt also nochmal zu Objekt wähle Cube und dann Link from Library und jetzt haben wir wieder hier unseren Charakter allerdings mit einer anderen Farbe denn alles was verlinkt ist wird hier so blau umrandet und wenn ich jetzt mal den Charakter auswähle und die Tabulato Taste drücke dann tut sich hier nichts also ich kann jetzt hier nicht in Edit Mode gehen ich kann auch nicht in Weight Paint gehen also man kann hier nur dieses Objekt rumstehen haben denn ich kann noch nicht mal hier im Object Mode G drücken also alles wird verlinkt die Daten das Mesh die Position die Rotation alle diese Informationen die liegen jetzt ausschließlich in der Ursprungsdatei und werden jetzt hier nur so dargestellt aber ich kann sie hier eben nicht bearbeiten also eine ganz klassische Verknüpfung und auch die Armatur kann ich nicht bewegen da kann ich auch nicht in den Pose Mode gehen also kann jetzt hier erstmal nichts mit anfangen Sie sehen ja auch hier dieses kleine Symbol also wir haben hier dieses Blatt Papier mit diesem Pfeil drauf also das wird verlinkt auch der Cube und die Cube Data also alles das wird verlinkt auch das Material alle die Informationen die liegen nur in der Ursprungsdatei da kann man jetzt natürlich erstmal wenig mit anfangen aber ich ist also ein komplett lokales Objekt und jetzt wird es auch wieder orange ich kann auch in den Edit Mode gehen und ich kann in Pose Mode gehen und da die Armatur ja immer noch zu dem Modify gehört von dem Objekt kann ich jetzt auf diese Weise diese Armatur als lokales Objekt ändern und kann damit jetzt hier diesen Charakter wieder bewegen und zwar obwohl der Charakter immer noch verlinkt ist also den kann ich immer noch nicht bearbeiten kann also nicht in den Edit Modus gehen aber ich kann ihn eben animieren nun gehe ich jetzt nochmal zu File und dann Link gehe jetzt nochmal zu meinem Wohnzimmer Lichtsetup zum Beispiel ist jetzt egal gehe nochmal zu Objekt wähle dann hier den Sessel aus drücke Link Append from Library also der steht jetzt hier und genauso wie den Charakter kann ich jetzt auch hier diesen Sessel nicht verschieben also das Gute ist die Geometrie die bleibt jetzt in der Ursprungsdatei das Schlechte ist ich kann den Sessel nicht verschieben doch genauso wie man jetzt die Armatur auch lokal machen konnte kann ich jetzt auch hier den Sessel auswählen drücke L und habe jetzt wieder zur Auswahl entweder das Objekt oder Objekt und Objekt Data lokal zu machen und im Falle von diesem Sessel wähle ich jetzt mal nur Selected Object aus kann jetzt also hier den Sessel verschieben das heißt diese Transformation die sind jetzt wieder erlaubt doch in den Edit Mode kann ich immer noch nicht denn die Geometrie die Object Data die kommt eben noch aus der Ursprungsdatei und wenn nach wie vor verlinkt und jetzt speichern wir mal das Ganze Save as Link Test und nachdem ich das gespeichert habe drücke ich nochmal F1 und sie sehen dass diese Datei jetzt nur 450 Kilobyte groß ist obwohl sie ja sowohl aus dem Sessel besteht der ja auch 74 Kilobyte wäre und die Armatur und der Charakter also das müsste eigentlich viel größer sein aber durch diese Verlinkung werden eben diese ganzen Daten nicht nochmal extra gespeichert sondern nur verlinkt eine Sonderform bei diesem Befehl Link Append bildet der Import als Gruppe denn man kann auch mehrere Objekte gleichzeitig als ein Objekt importieren denn häufig hat man ja nicht nur einen Charakter ohne alles also meistens hat ja ein Charakter auch eine Hose an eine Brille auf einen Hut auf hat ein Schwert in Hand oder lauter solche Sachen die unabhängige Objekte sind und daher kann man auch diesen Gruppen Import verwenden und ich mache jetzt nochmal unseren Charakter auf also Open Resend und verwende dabei die Charakter Armature und nur zur Demo möchte ich jetzt mal noch dem Charakter einen Hut aufsetzen und zwar als einzelnes Objekt deswegen gehe ich jetzt erstmal hierhin sage Shift S3 gehe mache den ein bisschen kleiner bewege den nach oben so und dann nehme ich mir noch hier diesen unteren Edge Loop und extrudiere den ich nehme die ganze Fläche und extrudiere die also E und dann S und dann nochmal E so also ein ein ganz simpler Hut vielleicht könnte man hier nochmal einmal bisschen was dran machen damit es nicht gar so furchtbar aussieht so und jetzt noch der Sub-Surf-Modifier und Smooth-Shading so schon besser ok also das ist jetzt unser Hut und dieser Hut soll sich jetzt auch mit dem Kopf bewegen deswegen gehe jetzt erstmal hier hin und gehe bei der Armature in den Pose-Mode also Steuerung Tabulator-Taste Pose-Mode wähle jetzt nochmal den Hut aus und jetzt mit gedrückter Umschalt-Taste noch den Kopf und sage jetzt Steuerung P aber jetzt nicht mit Automatic Weights sondern Bone sodass jetzt also wenn ich den Kopfknochen bewege der Hut einfach sich mit bewegt ok also wir haben jetzt hier diesen Hut den möchte ich auch mal benennen also wo sind wir denn hier bei Item das ist also nicht der obwohl warum nicht Zylinder es ist der reine Zylinder hier so ok das speichere ich jetzt nochmal Steuerung S und wenn es jetzt darum geht diesen Charakter samt Hut zu importieren dann müsste ich ja zwei Objekte importieren also wenn ich jetzt eine neue Datei habe und ich gehe jetzt zu File Link und gehe jetzt nochmal zu diesem Character Objekt Cube Link Append From Library dann kommt zwar jetzt die Armatur wieder mit aber der Hut bleibt in der anderen Datei also der kommt hier nicht mit denn es war ja ein eigenständiges Objekt und gehört nicht als Modifier zu diesem Character deswegen müssen wir jetzt einen anderen Weg gehen nämlich man muss aus diesen drei Objekten aus der Armatur dem Character und dem Hut eine Gruppe machen und dieses Gruppieren das kennen wir auch schon von den Vertices also ich wähle jetzt hier einfach alles aus im Object Mode natürlich und sage jetzt STRG create new group und hier in dem Last Operator können jetzt auch einen Namen vergeben das ist also unser Character man könnte diesen Namen auch in den Gruppeneigenschaften vergeben die sind hier bei Objekt also hier bei Groups gibt jetzt hier diesen Character so wir haben jetzt hier diese Gruppe und jetzt speichere ich das und jetzt öffne ich mal unser Wohnzimmer also File Open und dann nehme ich jetzt mal hier Material Setup 3 ich hatte schon ein bisschen was an den Texturen gemacht nebenher und dann nehme ich mal Material Setup 3 da hatte ich kann also gehe ich jetzt zu File und statt Append wähle ich jetzt Link denn ich will ihn ja nur verlinken und nicht die Geometrie auch mit in meine Wohnzimmerszene reinholen also gehe ich jetzt nochmal hier hin und sie haben jetzt hier einen neuen Ordner namens Group also diese Gruppe die wir gerade erstellt haben die ist jetzt hier eine eigene Daten Kategorie nämlich Group und wenn ich hier reingehe habe ich jetzt hier den Character und den kann ich jetzt auswählen und jetzt gehe ich mal hier runter zu den Optionen von diesem Import und Sie sehen hier ist jetzt überall ein Häkchen also einmal wird der relative Pfad verwendet es wird ein Link gesetzt und eine Gruppe instanziert eine Instance Group wird erstellt das ist also genau das was wir wollen ich klicke jetzt auf Link Append from Library und Sie sehen hier haben wir jetzt diesen Charakter stehen und ich drücke jetzt mal die Geteilt Taste auf dem Ziffernblock für den Local Mode und Sie sehen dass wir jetzt hier noch dieses Kreuz am Fuße dieses Charakters haben und das liegt daran dass es eigentlich sich hierbei nur um einen Empty handelt also wenn ich dieses Objekt ausgewählt habe dann ist es ja kein Mesh Objekt ich kann auch die Armatur nicht auswählen das ist nur eine Instanz und diese Instanz wird dupliziert von dem Empty also wenn ich das ausgewählt habe dann gibt es jetzt hier bei Object Data nur die Empty Darstellung aber die Besonderheit von diesem Empty ist eben dass es noch in der Gruppe aber die Besonderheit von diesem Empty ist eben dass wenn ich mir mal die Objekteigenschaften anschaue dass hier bei Duplication Group eingestellt ist nämlich Character also wenn sie mehrere Gruppen importiert haben dann können sie auswählen welche Gruppe dieses Empty instanziert kann ich noch kurz demonstrieren also hier geht es zu Empty und bei Duplication sage ich jetzt Group und wähle jetzt hier aus Character und damit habe ich jetzt zwei von den Typen gut aber den lösche ich jetzt wieder und will jetzt den Character hier animieren so wie geht das denn die Armatur kann ich ja nicht auswählen und dafür gibt es einen bestimmten Befehl und dieser Befehl heißt Make Proxy also ein Platzhalte Objekt erstellen und wenn ich mal hier in dem Objekt Menü schaue dann kann man hier auch sehen es gibt auswählen welches Objekt aus dieser Gruppe aus dieser Gruppen Instanz denn dieses Proxy werden soll und da ich die Armatur bearbeiten will wähle ich als Proxy die Armatur aus drücke jetzt also Enter und Sie sehen jetzt kann ich hier also diese Armatur auswählen und kann hier in den Pose Mode gehen habe also jetzt hier zwei Optionen statt drei also ich kann die Armatur Struktur nicht bearbeiten ich kann hier nicht in Edit Mode gehen das wird nach wie vor verlinkt aber ich kann im Pose Mode jetzt diese Armatur verändern also drücke ich jetzt Pose Mode habe jetzt hier dadurch diese Armatur freigeschaltet und kann die jetzt bewegen beziehungsweise sehe ich jetzt erstmal nicht viel deswegen gehe ich jetzt erstmal hier in die Armature Eigenschaften die sind jetzt auch freigeschaltet und obwohl hier die Armatur verlinkt wird kann ich doch ein paar Sachen einstellen nämlich zum Beispiel hier die Darstellungsart und da wähle ich jetzt mal Stick und X-Ray so und jetzt kann man hier diesen Charakter nehmen und bewegen und animieren so dass ich jetzt wenn ich mal aus dem Local View wieder raus gehe also View Global sind jetzt wieder in dem Wohnzimmer und können jetzt diesen Charakter nehmen und auf Sofa setzen also kann ich jetzt hier den Körper und die Füße auswählen und den hier zum Sofa bewegen noch ein bisschen mehr und kann ihn jetzt hinsetzen lassen so das versuche ich mal indem ich hier den Körper auswähle und jetzt die Z-Achse betätige im Local Mode aber das macht etwas ganz komisches jetzt bewegt sich der Charakter nach vorne so und das liegt daran dass die Armaturen die haben noch eine Sonderform nämlich hier müsste ich den Normal Mode auswählen also entlang der normalen von dem Bone und Sie sehen ja hier dass die Y-Achse entlang dieses Bones geht und hier kann ich jetzt mit der Y-Achse diesen Charakter sich hinsetzen lassen und der Local Mode der würde sie eben darauf beziehen wie die lokale Achse von diesem Objekt ist also dabei würde es jetzt um diese Armatur gehen und das wäre quasi die Objekt Achse also das hilft uns hier nicht weiter deswegen muss man wenn man im Pose Mode ist dann sollte man immer hier den Normal Mode verwenden um diese einzelnen Bones zu bewegen so jetzt kann ich hier diesen Charakter sich hinsetzen lassen und da wir hier zu Hause sind kann er ja auch die Füße auf den Tisch legen vielleicht etwas kurz naja also ich will das jetzt hier nicht zu weit treiben aber Sie sehen auf diese Weise kann man hier einen Charakter importieren und das ist natürlich überaus praktisch nicht nur wenn man Speicherplatz sparen will sondern auch wenn man an mehreren Szenen arbeitet denn wenn ich jetzt nicht nur dieses Wohnzimmer hätte sondern noch eine andere Szene und möchte da den Charakter importieren dann soll sich dieser Charakter natürlich nicht verändern in der neuen Szene das heißt sobald man jetzt diese beiden Szenen hat und dann feststellt man möchte doch noch irgendwas an diesem Charakter ändern zum Beispiel man möchte meine Hose anziehen dann müsste man ja in beiden Dateien wenn man es nicht verlinkt hätte dann müsste man in beiden Dateien ja diesen Charakter nochmal neu modellieren aber stattdessen kann man jetzt ich speichere das jetzt mal import also stattdessen kann ich jetzt nochmal meinen Charakter öffnen und in meine Hose anziehen und zwar ganz einfach wähle ich jetzt mal alles das hier aus alle diese Vertices und gehe jetzt hierhin zu Material und erstelle einen neuen Material Index drücke auf Assign erstelle ein neues Material der soll mal Jeans anhaben deswegen mache ich das hier so blau vielleicht so ein dunkelblau so zum Beispiel und im Solid Viewport Shading sehen Sie dass wir diese Hose angezogen haben vielleicht könnt ihr auch Socken haben also hier ist man da völlig frei was man hier machen will also neuer Material Index Assign New dunkle Socken so gut und das ist jetzt mal Material das sind die Jeans das sind die Socken und der Hut kriegt auch ein Material nämlich so Leder auch die Form von diesem Hut kann natürlich noch anpassen nehme ich mal den Vertex bewegt ihn etwas nach oben so damit Proportional Editing also hier Enable kleiner Falloff also hier kann man jetzt ganz schnell mal diesen Hut noch etwas ausmodellieren sieht furchtbar aus so sieht doch kein Hut aus egal egal also das ist jetzt unser Hut naja ok also das soll erstmal reichen und das speichere ich jetzt auch also Steuerung S und wenn ich jetzt nochmal zu meinem Wohnzimmer gehe zum Wohnzimmer Import dann ist jetzt alles das was ich gerade gemacht habe das wirkt sich jetzt auch auf diese Datei aus und so kann man also sein Projekte organisieren indem man Ordner anlegt für alle Dateitypen also zum Beispiel ein Ordner für die Charakter ein Ordner für die Möbel ein Ordner für die Zimmer für die Häuser für die Architektur für die Straßen für die Lampen also alles das kann man wunderbar organisieren und damit erlaubt Blender also einen sehr schönen aufgeräumten und effizienten Workflow zweimal und das das zweimal